InSpyro Discover Dynamic FM Der neue Weltstandard von FM-Systemen Für optimales Hören im Unterricht wird der Gebrauch von kabellosen FM-Systemen zusammen mit einem Hörgerät von Hörspezialisten weitestgehend anerkannt. Die heutigen Hörgeräte sind technologische Meisterstücke, aber das erschwerte Lern- und Hörumfeld ergibt drei Faktoren, die einen negativen Einfluss auf das Sprachverstehen ausüben. Diese können von Hörgerätetechnologien alleine nicht gelöst werden. Erstens, Lärm Messungen haben ergeben, dass der Lärmpegel in Klassenzimmern für das Sprachverstehen im Durchschnitt viel zu hoch ist. Das behindert besonders Kinder mit Hörgeräten beim Lernen. Die Stimme des Lehrers geht im Lärm unter. Zweitens, Distanz Im Klassenzimmer steht der Lehrer öfters mehrere Meter von den Schülern entfernt. Die Stimme des Lehrers ist auf größere Entfernung zu schwach. Drittens, Wiederhall oder Echo Die vielen Reflexionen der Geräusche in den Fluren, gegen die Wände und Decken eines Klassenzimmers verwischen das Sprechsignal und erhöhen den allgemeinen Lärmpegel. All diese Echos gestalten das Sprachverstehen äußerst schwierig. Die Kombination von Lärm, Distanz und Echo zusammen ergibt einen akustischen Wirrwarr. Dieser kann nur durch ein kabelloses System aufgelöst werden. Nur FM-Systeme ergeben die notwendige Klarheit. Ein FM-System besteht aus einem kleinen Funksender mit Mikrofon, das vom Lehrer getragen wird und sehr kleinen Empfängern, die im Hörgerät des Schülers integriert sind oder am Hörgerät eingesteckt werden. Das Mikrofon nimmt die Stimme des Lehrers nahe am Mund auf und das Signal wird mittels Funkwellen an den Empfänger gesendet. Im Hörgerät wird die Stimme des Lehrers mit den Umgebungsgeräuschen vermischt, die vom Mikrofon im Hörgerät erfasst werden. Beide Signale werden zum Ohr des Kindes übertragen. Viele Studien haben die immensen Vorteile von FM-Systemen für Schüler und Studenten dokumentiert. Die Beweise werden nicht nur durch Studien untermauert. Klinische Erfahrungen bieten unwiderlegbare Nachweise von der Notwendigkeit, hörgeschädigten Kindern die besterhältliche Technologie zur Verfügung zu stellen, damit sie die besten Ausbildungsmöglichkeiten genießen können. FM-Systeme sind seit den 60er Jahren erhältlich. Die Funktionsweise ist bis vor kurzem dieselbe geblieben. Die neue Dynamic FM-Technologie ist der Durchbruch in der Leistung von FM-Systemen. Das Herzstück des Dynamic FM ist der Dynamic Speech Extractor. Dieser ist in der Lage, ein noch klareres Signal zu den Ohren der Kinder zu übertragen. Der Dynamic Speech Extractor bietet eine brillante Sprachqualität. Diese verbessert das Sprachverstehen immens, besonders in einem lauten Klassenzimmer. Der Lärmpegel im Klassenzimmer wird konstant von einem Inspiro-Sender gemessen. Dies geschieht in den kurzen und langen Sprechpausen, wenn der Lehrer nicht spricht. Der Lärm breitet sich normalerweise gleichmäßig im Raum aus. Steigt der Lärmpegel auf mehr als 57 Dezibel an, beginnt der Dynamic Speech Extractor zu arbeiten. Es wird ein Befehl vom Inspiro-Sender zum Dynamic FM-Empfänger gesendet, um die Verstärkung zu erhöhen. Dieser Befehl wird in Form eines digitalen Codes in einer hohen und unhörbaren Frequenz übermittelt. Eine ähnliche Technologie wird zum Beispiel in Autoradios eingesetzt, um im Display den Namen der Radiostation oder Verkehrsinformationen anzuzeigen. Die FM-Empfänger entschlüsseln den Befehl und erhöhen die Lautstärke des FM-Signals, welches die Stimme des Lehrers übermittelt. Auf diese Weise bleibt die Stimme des Lehrers über dem Lärmpegel im Klassenzimmer klar und deutlich hörbar. Herkömmliche FM-Systeme haben diese intelligente Funktion nicht. Im Hörgerät kann das Kompressionsverfahren die Verstärkung aller ankommenden Signale verringern. Wenn das FM-Signal lauter wird, hat die Verringerung der Verstärkung auch eine Auswirkung auf die Lautstärke der Umgebungsgeräusche, welche vom Mikrofon des Hörgerätes erfasst werden. Auf diese geniale Weise kann der Dynamic Speech Extractor den Lärmpegel unabhängig von der Marke und des Modells des Hörgerätes, das benutzt wird, verringern. Wenn der Lehrer nicht spricht, erlaubt das Kompressionsverfahren im Hörgerät eine höhere Verstärkung. Die Stimmen des Kindes und der Kinder im näheren Umfeld werden vom Mikrofon im Hörgerät erfasst und können sofort gehört werden. Der Dynamic Speech Extractor arbeitet vollautomatisch. Der Nutzer muss nichts einstellen. Wenn der Lärmpegel wieder sinkt, wird die Extraverstärkung im Dynamic FM Empfänger automatisch reduziert. Eine wissenschaftliche Studie hat gezeigt, dass in Lärm das Sprachverstehen um über 50% gesteigert werden konnte im Vergleich zu herkömmlichen FM-Systemen. Der Dynamic Speech Extractor ist die größte Verbesserung im Signalrauschabstand in der Geschichte der audiologischen Technologie. Dynamic FM ist kein Luxus. Jedes Kind verdient die besten Lernbedingungen. Inspiro, der neue Weltstandard von Fonac. eine ganze Zeitweise ein Strichung der beiden Das war hell. Das war hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das war aber auch. Das war er. Das war er. Das war er.